Alles? So ihr Lieben, da bin ich mal wieder. Wir sind heute früh ganz zeitig aufgestanden. Sind dann ca. gegen halb elf an, wie hieß das? Boof, Boof, Boofers. Irgend so eine Küste gefahren, mit ein paar Bergen angeguckt. War echt, sah echt toll aus. Jetzt sind wir gerade mitten in downtown Toronto. Waren in Chinatown, sehr interessant. Haben gegessen, war nicht so. Und jetzt suchen wir gerade die Busstation, um unseren Anschlussbus zu bekommen oder zu buchen nach New York.